So Leute, willkommen bei Cuphead! Es ist tatsächlich der 20. Versucher, gell? Ich versuche ein Gameplay hochzuladen, weil es ein bisschen klein ist. Wir haben einen Vogel zu töten. Go! Zu rupfen, könnte man sagen. Okay, weil die müssen das jetzt keine ohne Damage quälen und die mit den Ults-Dex das richtig machen. Ja. Das habe ich nämlich vergessen. Wir haben jetzt schon mehrere Strategien durchgemacht, Leute. Aber wir haben jetzt eine Meta-Strategie. Aber wir haben jetzt hier Meta-Taktik. Oh, wir sind dumm. Das größte Problem ist halt wirklich, dass man einfach vergisst, wer von den beiden... Ah! Ja, Mann! Scheiße. Ich dachte, ich wäre jetzt auch safe. Ich dachte, ich wäre safe. Okay, cool. Das haben wir relativ schnell geschafft. Aber wir verfehlen gerade alles. Ich muss echt viel mit... Ich gucke jetzt nur auf meinen scheiß Charakter. Okay, cool, 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 cool. Komm hier. Das kannst du auch nochmal nehmen. So. Oh Gott. Scheiß Füße. Okay, okay. Das war eine gute Runde. Das war eine gute Runde. Das war eine gute Runde. Hier gibt es noch eine Rakete. Scheiße, aber schießt die hin. Oh, nee. Wir dürfen nicht übereinander sein. Ich gehe hoch, okay? Okay. Ja, ja, ja. Du hast mich auch gerade schon so verpfissig. Du verpfissig, du Fassler, leider. Das ist in einem Team, aber... So, sehr gut. Okay, okay. Du hast eine 0. Okay, sofort. Oh, ja! Gute Lücke gefunden. Aber jetzt weg von dem. Oh! Oh! Ich hab ja nicht. Scheiße. Du hast sogar 2 damage gekriegt. Okay. Seine Waffe geht wieder. Oh, der hat nicht mehr viel. Der hat schon fast wieder auf jeden Fall. Oh, ich bin halt. Vorsicht! Oh, Alter. Oh! Der hast du getroffen, glaube ich. Okay. Ich glaube schon, ja. Ich habe auch getroffen. Der kann nicht mehr fahren. Oh, Vorsicht! Oh! Er macht dich schön klein. Nein! Wieso? Oh! Oh, Alter. Oh, scheiße. Ich hab dich. Ich mach mich jetzt nur noch klein, ja. So, komm, komm, komm. Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. Das ist unsere Runde. Ja! Ja! Gut, gut. Okay, pass auf, pass auf. Die Pillen und das Scheiße. Ich geh da hoch. Nee. Okay, die Pille, die Pille. Okay, das war gut, das war gut. Zu bombien, zu bombien. Ja, der macht die erste Runde mit Müll. Ah! Wieso treffen wir beide den? Das ist unmöglich. Ich meine, in der letzten Stage können wir uns, glaube ich, echt gut retten. Gegenseitig. Auch wenn wir wirklich den Double-Kill bekommen, ist das echt echt echt. Das ist echt. Das ist doch übelst. Fuck, ey. Ah! So. Ja, kein Bock auf euch da. Ihr habt euch das gesehen, Mann. Wir sterben die nicht! Tja. Habt ihr schon? Technik. Technik, okay. Komm ich nur auf die Größe deiner Bombe an. Und einfach nur auf... Oh, shit. Wupp! Das ist so toxic, ey. Okay, das war... Das war... Das war gut. Ich bin undrum, okay? Okay. Ich hab meine Smoke... Meine Smoke-Strategie ready. Wow. Die sind halt echt nicht so schwer jetzt, irgendwie. Die Federn... Das leichteste jetzt mit, weil das mit am predictablesten ist. So, ich hab meine Ult-Phase fast erreicht. Oh mein Gott, da war so ein hässlicher Kack-Nagel! Hehehehe. Oh, ist ein Vogel-Nagel? Nagel-Vogel? So, komm jetzt! Surrender doch mal! Ich geh nach unten, ich geh nach unten. Ja, du geh nach unten. Ja! Okay, cool, 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 cool. Ja, 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 ja. Du hast deine Reaktion, ne? Ich noch nicht ganz. So. Oh, Vorsicht. Ja! Nice. Okay, das hat schon funktioniert. Mir fehlt auch nicht mehr viel. Ah, shit, ich hab auch. Boah, ich hab mich einfach klein gemacht. Hier, ich hab mein's auch gleich. Okay, ich lenk ihn ab. Ich hab mein's jetzt. Wenn er groß wird, ist er kaputt. Wenn er groß wird, ist er kaputt. Boah, der wird auch nicht liegen. Jetzt, fick ihn! Bah, boy! So. Das reicht nicht. Das ist ein hässlicher Mutti. Please, please! Nein. Nein. Oh, beide, beide, beide. Einfach wieder beide gesnagelt. Wir haben beide nur noch ein Leben, ey. Ja, okay. Oh, das war close. Okay, cool. Strategie. Okay. Du willst auch da hoch, oder was? Hier müssen wir dann nach vorne. So. Okay, wir zerbomben den. Wir bomben einfach die Scheiße aus dem raus. Nein! Ich hab dich, ich hab dich. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir müssen übelst nah beieinander bleiben, okay? Ganz nah beieinander bleiben. Ich hab meine Ult, ich hab meine Ult. Komm, komm, komm. Vorsicht, Vorsicht, Ei. Äh, Herz. Oh, kabuum! Reicht das? Das reicht nicht. Oh, Vorsicht! Nein! Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Aber er ist immer noch ein Müllmensch. Ja! Ja! Easy! Alter, Gott sei Dank. Das war ja richtig einfach! Noch nie so ein einfaches Spiel gespielt! Alter, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Alter. Ich will die Zeit nicht sehen, Alter. Die Zeit ist halt nur zwei Minuten. Ach so, ich starte nicht gesagt. Nur zwei Minuten, aber es hat 50 Stunden auch gedauert. Ich glaube, wir kriegen hier ein B oder so. B ist Babybooster, das ist okay. Okay. Alter. Dieses Spiel ist ja... Oh mein Gott. Aber es macht übel Spaß. Es macht übel Spaß. Es macht übel Bock. Holy shit. Oh, das ist ja richtig anstrengend, Mann. Das ist ja wirklich anstrengend, Mann. Das ist ja wirklich anstrengend. Weil ich jetzt drei Stunden geradet habe, Mann. Weiter, ich spiele jetzt mit Max noch. GG. So Leute, ich hoffe, das ist alles trotzdem gefallen. Wir haben hier einen Regenbogen gebaut. Äh, schaltet bei Sola ein. Der, 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 der muss auch da durch. Es ist einfach Horror. Holy shit. Das wird mir irgendwie überholen, das Spiel. Das ist richtig geil. Das ist wirklich gut.